Hallo Frieden, es reicht langsam. Warum greifst du mich jedes Mal an? Könnt ihr beide auf mich gehen oder was? Könnt ihr beide auf mich gehen oder was? Könnt ihr den Einverklan? Ist das euer Ernst? Okay, ihr wollt nicht anders, dann feite ich gegen euch beide. Ist mir sowas von egal. Ich hab kein Problem gegen euch beide zu feiten. Ja, das sehen wir ja gleich. Erstmal werde ich mir den Schlechling holen, dann hol ich mir dich. Schwimm, mein Lehrling. Ich schwimm. Es ist, ihr willst jetzt kämpfen oder nicht? Keine Angst, ja wir kämpfen. Ich hab eh eine Rechnung mit dir offen gehabt. Wirklich? Ja, wirklich. Wirklich? Nein, ich kann auflachen. Oder man, es reicht langsam. Es reicht, ich rechne mich. Es reicht mir.